Gut, also liebe Freudenberger, liebe Wiesbadener, liebe Frankfurter, am 4. März startet hier die größte Kunstaktion des Jahrhunderts. Da kommt nämlich, es zieht ein Documenta-Kunstwerk nach Wiesbaden ins Schloss Freudenberg unters Dach und ihr seid eingeladen, diesen Panzer alle 85 Stufen unters Dach zu schleppen. Aber es sind 140 Elemente, also ihr werdet sehen, es ist machbar. Wir bilden eine große Kette, alle sind eingeladen, denn das sind noch zu wenig Helfer. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Um 14 Uhr am 4. März Eintritt... Reise! Seid dabei! Also, seid dabei! Die Gäden, die kommt Kaffee aus! Mit Zaporte!